Ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist. Sie wäre noch am Leben, wenn wir sie nicht in diese Sache... Gewisser starb, wie sie lebte, tat das, woran sie glaubte. Eins steht jedenfalls fest, niemand hätte sie aufhalten können. Sie hat ihr Leben für mich geopfert. Wie soll ich damit weiterleben? Genauso wie ich. Indem du überlebst. Indem du niemals aufkippst. Indem du für das kämpfst, an das du glaubst. Es ist noch nicht vorbei. Sie hätten die Sache hier beenden können. Wenn die Verwaltung versagt, hätten Sie als Staatssekretär die Macht. Nein. Mit Gabriel Logan habe ich andere Pläne. Die Anhöhrungen stehen an und irgendjemand muss für die Sache den Kopf hinhalten. Ich frage Sie erneut, Mr. Logan. Haben Sie jemals einen wichtigen Staatsmann eliminiert, seit Sie für diese geheime Agentur arbeiten? Nein. Niemals. Schieß endlich, Gabe. Die Hausmänner sind auf dem Weg nach oben. Schieß endlich, Gabe. Die Hausmänner sind auf dem Weg nach oben. Alles klar. Die Hausmänner sind auf dem Weg nach oben. Ich überwache jeden deiner Schritte vom Treffpunkt aus. Alles klar. Die Hausmänner sind auf dem Weg nach oben. den Zimmer 413. Nimm den Aufzug und geh so schnell wie möglich dorthin. Xiao befindet sich bereits in Position. Klingel-Klingel. Ich würde gerne meinen Zimmerschlüssel, Zimmer 413. Mein Name ist Nagor. Sehr wohl, Sir. Hier ist er. Arigato. Ich bin in der Wohnung. Ich bin in der Wohnung. Es ist ein grosser Tempel, wirklich grosser Tempel. Deine Sachen liegen in der Badewanne. Ich bin in Position. Xiao müsste auf der anderen Straßenseite zu sehen sein. Bestätigt sehen. Ich habe das ganze Zimmer verwandt. Halte dich auf dem Laufenden. Aramov, wir hätten ahnen können, dass sie ihre Finger im Spiel hat. Ich werde mit unserem Kontaktmann Verbindung aufnehmen und folge ihr. Du musst Xiao und seine Hauptleute eliminieren. Sie befinden sich alle in diesem Gebäude. Ich sehe nur Xiao, aber der Rest taucht spätestens dann auf, wenn das Feuerwerk beginnt. Gabe, kümmere dich zuerst um den Scharfschützen auf dem Dach. Er könnte sonst Ärger machen. Kampflüsse ausgeschaltet. Bestätigt. Die Schuhe fängt an. Verstanden. Die Schuhe fängt an. Die Schuhe fängt an. Die Schuhe fängt an. Eine weniger. Eine weniger. Nur noch einer. Lian, Auftrag ausgeführt. Ich verlasse jetzt das Gebäude. Gabe, Skihaus-Männer haben das Hotel unter ihrer Kontrolle. Sie waren schon vorher drin. Was? Woher konnten die? Untertitelung des ZDF, 2020 Die Stromzufuhr für die Aufzüge ist unterbrochen. Such dir einen anderen Weg nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gabe, die Stromzufuhr für die... Die Stromzufuhr für funk, 2017 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 MRA-Terroristen wollen mit Hilfe einer Geisel entkommen. Wen haben Sie als Geisel? Die Tochter des japanischen Botschafters in China. Sie wollen mit ihr das Gebäude durch den Keller verlassen. Verstanden. Ich versuche, Sie aufzuhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sind ein Terrorist. Ich sollte Sie gleich hier erschießen. Los, verschwinden Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kommen Sie mit, wenn Sie am Leben bleiben wollen Da, warte Lian, ich habe das Mädchen Ich suche jetzt einen Platz, an dem ich sie verstecken kann Die Polizei ist unterwegs Suche in der Nähe der Eingangshalle ein sicheres Versteck für Sie Wir müssen jetzt gehen Die Polizei ist unterwegs Die Polizei ist unterwegs Verstecken Sie sich hier Die Polizei muss jeden Moment hier sein Los jetzt Lian, ich habe das Mädchen an einen sicheren Ort gebracht Ich bin auf dem Weg in die Eingangshalle Verstanden, ich werde dort sein Ich bin auf dem Weg in die Eingangshalle 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 Ich habe schlechte Nachrichten Lawrence hat eben angerufen Wir sind vorgeladen worden, um vor einem Senatsausschuss auszusagen Der die Siphon-Filter-Sache untersucht Na toll Ich bin auf dem Weg in die Eingangshalle Ich bin auf dem Weg in die Eingangshalle Ich bin auf dem Weg in die Eingangshalle